Mittwoch, der 18. Oktober, 23. Didi und ich machen uns wieder auf die Tour. Unser heutiges Ziel ist Playa Blanca, ganz im Süden, diese Richtung. Das ist direkt gegenüber von Fuerteventura und dazu müssen wir eine gute Weile fahren. Dazwischen werden wir einen kurzen Stopp nach Tiemann Faya machen, eine reine Vulkan-Ebene-Gegend. Und wie das ausschaut, wie üblich, das seht ihr jetzt hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020